die Kunden wie viele war bei 1 herrho 3 4 Böhl ich war ein Fröhler ich auch 6 ich hab 6 Diamanten und haben wir jetzt acht ja so kann jeder aus dem Spitz hat gemacht um ja 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 doch nicht mehr haben wir haben wir haben wir können du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du weißt du was das in englisch bedeutet nein dann sehen wir weiter ho ist englisch auch egal ich meine ich meine das andere worte ausgesprochen wird ihr seid alle cool wieso bin ich jetzt wieder ins baum weil du anders gelaufen bist weiß ich hab Angst ich hab Angst wo geht zurück ja das wissen wir auch nicht viel spaß viel spaß beim suchen hier ist die krisse habt ihr das auch manchmal wenn rennt das dann der immer so ein bisschen kurz rennt so so komisch so ja so ein komisches Visier so blub 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 ja das ist wenn du drei mal enteinander direkt rutscht ah ich meine er hat das an ja wenn ihr wo bist du es auf mir ja ich habe eine Miene gefunden somit mal was alles doch die ach so und die Jahre der Kümel belohnt sich zu ihnen wo denn wo denn wo denn wo denn wo denn ja das ist die frage wo ich bin obwohl da Höhle drin ach so ja ähm Leon weißt du wo die große Höhle ist wo der Creeper mich umgebracht hat der allererste Creeper ähm nein das gleiche wurde bei der Kiste eigentlich die ganz große Höhle wo der Creeper mich umgebracht hatte ja du bist mir auch so eine Höhle weißen ah ja ey wie gibt es tausend Gänge und drei Millionen Klötze dann eine Million ja ihr seid da nach oben in der Ende vom Bein ja sie nicht haben jeden lang kommt gut gut und wünschte ich gut lassen gut 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 oder ich meine ich diese Höhle hier hier war der Creeper die Schöner ich weiß die Kündung seine Schöner und schmacken der Höhle noch alleine mit ganz viel Rotwolle viel Spaß ich komme nicht hoch ey wer hat hier ist kann was sein gemacht hier ist ein Spawner ein Spawner ein Spawner packt durch die Wales ne hat jemand eine Schere bei was ist das hier ein Spinning Seide ich bin vergiftet haha das ist Segel ein ich wusste dass es blau ist wie geht wie geht ähm so ein Messer äh sperrt also ihr geht was hat er die Ungarn ich weiß es ihr geht daran ich gehe hier lang ua wo kommt die denn her wie Ausschlumpf auskommen die Aua aus dem Tischtenwald packt ihr doch die Wales so arm sind wir ja hallo wo kommt die denn jetzt auf einmal gibt es irgendwas mit einem besonderes bei so einem Kack hier oder ist denn wir haben äh da gibt es mit Diamanten und Melonensamen und sowas und die sind ja immer äh sind die immer schätze die ganze Swings hier erlangen Alter jetzt doch ein Spawner ja ich hoffe die Fakken rechnet da oh ich bin jetzt fuck man natürlich richtig jemand könnte das drin sein ey ich hab noch einen Spawner gefunden 6 so also ich hatte mal 6 so aber ist Singleplayer ich hab 4 Sattel 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 fraglich ich tu hier mal vorne ne äh ich hab ne Kiste gefunden ne was drin was drin was drin ja 20 Diamanten und wirklich jetzt wie viel nein Spaß ja da war neun Eisen drei Brot und 6 Lapis war so klar dass 20 Diamanten hier ist drin sein können gibt es ja denn hier noch mehr was schlaberst du gibt ja noch mehr tun ja es gibt ganz viele tun du musst bloß die einzelnen Gänger abklappern Klappern Klappern du bist ne Klapperschlange haaa ich sie auch nen Name ja ich hab auch grad nen Namen gesehen trotzdem hab ich immer noch hoch hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist noch ne Truhe ähm vier Eisen und Saustkohle und dann ist hier Ende naja ich hab die noch einen Weg oh scheiße ich bin in der Zeit die ganze mit dem Messer äh mit dem Schwert ja ich weiß mit dem Messer werde dich im Messer ey ich messer dich ich mach dich Messer junger ich bin jetzt facken so richtig ab ne hier war schon ey packt euch alle Reals ne ne ich pack mich ja die ganzen anderen Rohstoffe aber ey ich die uns in der Reals ey und er war ein erheber und ohne die unnormal ja mal wo vor allem um hier ist so viel eisen in der Höhle und wird sie weiter werden auch noch mehr zu mehr wenn ich so überall er auch uns auch nicht weiß ich bin wer ein weiteres wenn wir gerade in der Obersaufsicht und hier ist noch nicht gut Das ist für die Red-Story. Oh, das war ich verfehlen. Was für ein Fail. Lass mich. So, 1, 2 und 3. So, wie viele... Hier ist Ende im Genell. Hier auch und da auch und da. Dann geht's noch weiter. Ja, auch. Die Kohle nämlich jetzt nicht mehr die... Ich hab hier noch ein bisschen weggefunden. Ich nehme jetzt noch gar keine Kohle mehr mit. Ein bisschen Weg, das in der Luft steht. Und ich hab nur neue Luft. Nur so, ne? Also ich sag mal, jetzt so eine Eisenhain, keine Kohle mehr. Und wie willst du das Eisenhain zu einem Ohr machen? Äh... Ich hab 1, 2, 3, 4, 5 Stakes Kohle bei mir. Na und? Ähm... Internet vielleicht? Nein, wie komm ich jetzt wohl? Ja... Oh, ich höre, was kommt jetzt bei... Also da. So. Wo bist du eigentlich lang gegangen? Äh... Weg. Ja, ein Weg. Hier gibt's auch nicht Zehntausende. Den einen da. Ja. Du bist auch ganz witzig. Nein. Ähm... hier war auch niemand... Hier war auch niemand... Der On? Ja. Was war das? Das war ein Lidl, äh... wie heißt es? Ja... Ja, wenn ich mein Gott dann so mache, dann kommt das manchmal halt so hin. Was so? Ah, dahin bist du. Uh, kuckuck. Nein. Hier, kuckuck. Die brauchen auf jeden Fall mehr Lohnsarm. Da! Boah! Das heißt wie Gold! Äh... Ah... Ja... Sagt selbst hier, nehmt hier Schienen mit und so und baut sie selbst nicht ab. Guckt mir leid, dass ich jetzt mal hier einen Weg drüber bau. Nein, ich nehme die Entschuldigung nicht an. Kann sein, dass hier ein bisschen viel Rails sind, äh, ein bisschen viel Gänge. Ja, aber ich hab den letzten Grad, der konnte, glaub ich. Glaub ich nicht. Ah, ich hab nen Gran gefunden. Ah. Upp, ach da. Ne, da war ich schon. Hier hinten? In dem? Nein. Ah, ne, 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 ne. Ja, ich hab mich ja immer durchgebuddelt. Ja, schieb mich noch zur Seite. Ah, stimmt. Ja, aber Fall, äh, ja. Ah, ja, na. Sollte es schon runter, weil... Leil? Noo. Dach da lang. Loffe Kopter. Ich hab nicht schon mehr gehört. Die kannst du übernehmen. Ja, da unten ist ne Spinner, wollen wir wetten? Hier geht's auch noch weiter. Sicherlich auch nur runter und... Nein. Hier sind's Spins. Oh, Spins vorne! Weck da! Komm her. Wann mal. Da ist noch wieder ne Spinne. Pass auf, über dir, hinter dir. Ich hör irgendjemanden was abbauen. Oh, ein Skelett. Neid. Nein, da sind's Gelegte. Mein... Verliegte. Oh, Nero kommt. Guck mal hier rechts. Weiß. Und rechts nochmal ist der Spin Spigner. Ah, glaube ich, Benne. Nein. Krass. Ich glaube, die blauen Schwimmen wollten nur mal ganz doll geknodelt werden. Ja. Ah, von der Arbeit. Ich bleib mal bei euch. Wie haust du ab? Das ist jetzt irgendwie so geht. Hä? Warte, warte. Fuck, ich sterb gleich. Ja, mach doch. Du hast noch ein halbes Herz dann. Von den Spinnen. Ich stelle mich mal in die Ecke nur und warte. Ja, mach doch. Mach doch. Ich mach jetzt erstmal was. Jetzt kann die Reise weitergehen. Du musst da nichts auf dem Packen bauen. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal echt nur noch Diamanten suchen. Sporgen. Ja, so. Boah, ich habe... Irgendwie will man... ...atkochenkratten... Hier unten ist noch irgendein Monster. Wollt ihr mitkommen? Wollt ihr noch was machen oder... Nein, ich mache jetzt... ...Mann Sporner. Hat jemand's Fackeln dabei? So für die Ecke? Ja, ich habe noch zwei Steaks. So ein Geben oder so ein Halb? Nein, ich habe mich schon nur noch fünf. Wo bist du denn? Das ist not gut. Ähm, ich sehe deinen Namen. Oh. Ja, ich bin hier vorne. Habt ihr die ganzen anderen Gäge noch einfach falsch? Sondern das ist ein Zombie. Sorry, dass ich... ...dann habe ich sterbe. Wir sind zwei Gänge... Ah. Ich kann auch noch nicht mehr Ruhe. Wir finden die wieder zurück. Doch. So, da machen wir erstmal zu. Dann da hinten kommt noch eine Spinne. Da hinten sind noch ein paar Spinnen. Boah. So, du hast es. Ja, da hinten war ich schon so ein bisschen halb. So, so. Dann wolltest du ja mit den... ...Dings und dann... Hier, mach mal von unten. Ich tücke jetzt die letzte Tür. Leon, mach mal von unten bitte hier. So eine Treppe hoch. Ja, ihr halt noch weg. Ja, ich hab kein Ding ins Bericht zu kommen. Ich hab die Erde runtergeworfen. Alter, hier ist doch ein Spawner. Oh je, das gibt's auch gar nicht, wie viele Spawner hier sind. Schon wieder ein Blauer Spawner. Creeper in the night. Oh mein Gott, mein Gott. Ich schau mir einfach mehr so hin. Genau da war ein Creeper.